Dann bin ich trotzdem bei einem sehr, sehr geilen Verein, wenn ich das sagen darf und es mir trotzdem sehr viel Spaß macht, unabhängig von der Liga. Also ich habe Vertrag noch hier und klar, die Situation ist besonders, weil der Verein natürlich auch ein Stück weit angewiesen ist auf Verkäufe und deswegen kann ich nichts sagen. Also ich bin jeden Tag mit den Gedanken bei Werder, aber so habe ich das auch immer gemacht, egal bei welchem Verein ich war. Der Verein, bei dem ich gerade unter Vertrag stehe, der bekommt mich 150 Prozent bis zum letzten Tag. Was in Zukunft passiert, das ist in der heutigen Zeit, wo das Transferfenster auch irgendwie sich gar nicht bewegt, ist es dann jetzt schwierig, jetzt irgendwas zu sagen, was definitiv ist, weil es ist nicht so. Ich glaube, das haben die anderen Jungs auch schon gesagt und so ist es auch bei mir. Es bringt dann auch nichts, sich eine Deadline zu setzen, weil dann stellt man sich vielleicht hier vor die Kamera und sagt, ja okay, ich bleibe und dann kommt vier Stunden später eine Nachricht rein und dann sagt man, kann ich mir doch vorstellen. Jetzt habe ich aber schon gesagt, ich bleibe. Ne, ich bin da völlig entspannt. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich hier bin. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn man sich nicht wohlfühlen würde und man dringend zerreißen alles, um irgendwie wegzukommen, dann würde es mir vielleicht nicht so gut gehen. Aber wie gesagt, mir geht es wirklich gut. Meine Familie fühlt sich wohl, ich fühle mich wohl. Es macht einen riesen Spaß gerade und deswegen lasse ich einfach alles auf mich zukommen. Und wenn jetzt nichts kommt, wo der Verein und ich sagen, okay, das können wir uns vorstellen, dann bin ich trotzdem bei einem sehr, sehr geilen Verein, wenn ich das sagen darf, und es mir trotzdem sehr viel Spaß macht, unabhängig von der Liga. Wenn es dann mit Werder Bremen in die Saison geht, dann geht es mir gut. Ich glaube, die 2. Liga steht dafür, dass es immer wieder Überraschungsmannschaften gibt, weil Mannschaften als Team auftreten, geschlossen auftreten und darauf wird es in der 2. Liga ankommen. Ich glaube, es wird viele Mannschaften geben, die hier nach Bremen kommen und sagen, ja, lass die erst mal machen. Die sind ja Werder Bremen und das wird nicht leicht. Kein Spiel wird leicht. Ich glaube, es wird nicht anders darum rumkommen, dass man als geschlossene Mannschaft auftritt. Egal, wer geht, wer kommt, weil die anderen Mannschaften haben das gleiche Problem. Vielleicht haben sie vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, weil sie der Kader vielleicht ein bisschen genauer wissen, wer am Ende noch da bleibt oder die wissen jetzt schon Bescheid, wer geht, wer nicht geht. Und bei uns ist alles noch ein Stück weit offen, genauso wie vielleicht auch bei Schalke. Ich glaube, man weiß, wo man bei ihm steht. Er ist sehr geradlinig. Wenn er was möchte, dann zeigt er dir auch, wie er es möchte in Sachen Fußball, in Sachen Taktik. Er hat da einen klaren Plan, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Ansonsten ist er sehr angenehm im Umgang. In der Kabine hat er immer mal einen lockeren Spruch drauf. Er flachst ein bisschen rum. Aber ich glaube, bei der Arbeit ist er dann doch schon sehr ernst. Dann wird er dann auch gearbeitet. Der Trainer macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Er hat einen klaren Plan. Er weiß ganz genau, was er will, wie er es möchte. Und das bringt er auch rüber. Und von daher bin ich bis hierhin sehr, sehr überzeugt. Es passt zu mir auch, wie er gegen den Ball arbeiten möchte, dass er immer wieder schnell die Kugel haben möchte. Das sind so Sachen, wo ich mich einfach auch identifizieren kann. Und deswegen macht es mir auch einen Riesenspaß. Und dann probiert man natürlich, ohne zu wissen, was passiert, so viel wie möglich aufzuschnappen. Also ich würde mich jetzt nicht vordrängen, weil jeder, der mich kennt, weiß, dass ich meinen Mund sowieso aufmache, wenn mir etwas nicht passt. Mir macht es grundsätzlich Spaß, die jüngeren Spieler ein Stück weit an die Hand zu nehmen. Weil mir hat man das damals auch so leicht wie möglich gemacht, als ich meine ersten Gehversuche in den Profibereich gemacht habe. Und das habe ich mir dann immer vorgenommen, wenn ich dann irgendwann in einem Alter bin, wo die Jungs dann hochkommen, dass ich das genauso machen möchte. Alle wissen, dass auch wenn ich etwas sage, dass meine Stimme auch Gewicht hat und ob ich dann eine Kapitänspinne trage oder nicht. Das war für mich noch nie wichtig. Ich glaube, auch in der Jugend wollte man sie mir immer geben. Und da habe ich gesagt, ihr müsst sie mir nicht geben, weil ich werde auch so sagen, wenn mir etwas nicht passt oder wenn ich etwas sehe. Aber mir war das persönlich beim Fußball nie so wichtig, so ein Ding um den Arm zu tragen, weil ich muss meine Leistung abrufen, ob ich Kapitän bin oder nicht. Ich bin ein Typ, der seinen Mund aufmacht, ob ich Kapitän bin oder nicht. Und das würde bei mir nicht viel ändern, außer dass ich dann die Seitenwahl gewinne oder verliere. Überragend. Also ich glaube, wenn man die EM gesehen hat, teilweise, da haben Länder gespielt, mit denen ich wirklich gar nichts zu tun habe. Aber wenn ich da gesehen habe, wie die Torgerschaft und die Fans ausgerastet sind, dann ist man irgendwie automatisch mit aufgesprungen, obwohl man eigentlich nichts damit zu tun hat. Ich glaube, für jeden ist es, wir haben teilweise auch Jungs schon bei uns hier gehabt, die haben in der ersten Liga gespielt, noch nicht mal mit Fans gespielt. Die wissen gar nicht, wie es ist hier im Weserstadion. Und ja, das fehlt. Und deswegen ist es eine Sache, die wirklich richtig toll ist, dass man Fans wieder reinlassen kann, dass man gemeinsam wieder jubeln kann, gemeinsam wahrscheinlich auch trauern muss, weil es nur beim Fußball gehört. Das können nicht alle gewinnen. Vielen Dank.